Heyo Leute, damit recht herzlich willkommen. Wir spielen League of Legends Teambuilder. Mit dabei ist der Kevin und noch jemand. Leon. Der Leon heißt genau. Hallo. Dann nicht Hallo. Ey, ich hab Hallo gesagt. Okay. Nee, der nimmt schon alles auf eigentlich nicht. Oder ist er zu leise? Was? Nee, bei mir nicht. Nee, wunderbar. Was haben wir denn da so? Der Leon spielt besetzt, ne? Bronze 1, Bronze 5, Bronze 1 und Gold 5. Der passt da nicht dazu. Ja, das ist wegen Leon wahrscheinlich. Der ist ja auch Gold. Das Matchmaking, man. Alter, was ist mit dem Liptock los? Ey, was denn? Jetzt geht er voll ab gerade. Hä? Wo ich frau euch. Achso, das meinst du? Beim Laden. Ja. So, jetzt ist die Frage, ob ich meine Mana weg dabei habe oder nicht. So, jetzt ist die Frage, ob ich meine Mana weggelebt habe, oder ich schaue einfach bei LOLNexus meine Masteries an. Oder du gehst einfach AFK? Oder ich geh einfach AFK, genau. Ja. Weil ich nämlich nur zwei Punkte in Mana-Reck geskillt habe. AFK! Ach, nein, Spaß. Ich glaube, es reicht. Es müsste reichen. Ku oder eh. Ich habe Evelyn einmal gespielt, ich mag die irgendwie nicht. Ich liebe die im Jungle so übel, aber ich weiß nicht. Ku oder eh. Ku. Ku, schon, ja. Ku, schon, ja, ja. Ich habe, ja. Ich habe, ich habe, ich habe징lich Alkali. Du hast. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Achali, achali, ja. Bronze 5 dürfte leicht sein für dich. Ja, Lux ist unranked. Genau, ist in Wirklichkeit voll schlecht. Hat aber 700 normalwind. Ich werde mich auf Gold hochziehen lassen. Ich bin eigentlich Diamond. Ich habe mich auf Gold hochziehen lassen. Wo ist die Logik? Mensch was. Der Look spielt aber ganz schön AP-lastig. Er hat auch keinen Support und so dabei, sondern hier nur... ...Mana-Rack. Leute, stimmt. Ja, kein Problem. Lux hat gute Support-Adems gekauft. Ja logisch. Oh warte, ich glaube ihr seid sogar ein bisschen zu laut hier. Sag mal noch mal was. Ja, ich sag noch mal was. Oh ja, du bist ein bisschen zu laut. Nichts? Ich sehe es voll wie alt. Ich auch. Ihr seid beide ein bisschen zu laut. Ja, wir benutzen auch das gleiche Mikro. Ich habe jetzt einfach mal auf 80 runtergeringelt und bin fast dabei gestorben. Schiert! Ich sterbe auch! Schiert! Was? Was? Hooli! Ich bin im Jungle-Flieg oder was? Ja! Komm! Wuh! Alter, wie knapp! Alter! Weil ich nicht mehr im Game drin war und mir keinen Hip-Hop mehr reingehauen habe. Aber ich habe es überlebt. Das ist nochmal gut ausgegangen. Und zum Glück... Obwohl, es ist ein Udyr. Oh, der Counter-Jungle, ja. Ich bin in diesem Weg. Hallo, hallo, Udyr. Hallo, hallo, Udyr. Nicht da. Komisch. Er ist fest damit gerechnet, dass er bei meinem Rap-Buff ist. Aber... War er nicht. Will er nicht, ne? Will er nicht. Jetzt, wenn er kommt, dann, äh, ja. Free-Kill. LOL. Schnell weg! Alter, war das schlecht von mir. Hammerhart. Sau gut, Mann. Sau gut. Die haben auch einen guten ADC, wie ich gerade merke. Okay. Guck mal, Botlane. Wie viele ADCs das sind. Haben die einen... Haben die einen Trash? Ja, aber mehr sind auch nicht Botlane, außer Trash. Was? Was? Rief bei dem. Alter, die hat Early voll viel Half-Rack und 5.000 Heal-Ports. Jetzt hat die nur noch drei. Jetzt kann ich hier noch nicht mehr hacken. Alter, verliere ich. Loil. Loil, that outplay. Muss weg. Zu low. Oh, ich höre schon. angeschrieben. Oh, wie schreibt man zurück. Ich weiß, hier auf vier zu lang keine Leute mehr gespielt. Slash-R. Ja, hab ich jetzt auch schon rausgefunden. Nein, komm, bitte nicht. Oh, komm, was war das denn, Alter. Und die Q kommt noch mit. Alter, das war richtig. Ach, ich hab' ich gerade schon gesagt. Ach so, die hat sich dieses ähm... Ja, hab' ich gerade schon gesagt. Ja, stimmt. Boah, ich weiß gar nicht, warum ich, warum der Trash überhaupt noch lebt. So lowlife. Vielleicht, weil dein Support ihn zu wenig ge- äh, Cage steuert. Schreibt der Nächste. Läuft bei euch, Leute. Fünf Minuten ingame. Und alle wollen mit mir spielen. Hm. Sau-ber. Lol. Komm schon. Gut Job. Ich hätte grad nicht over-extenden dürfen. Over-extenden? Haha. Ja, over-extenden. Over-extenden. Ich hätte früher weggehen sollen. Ach so. Geil, ich komm gleich rum mit Level 6. Ja, wie gesagt, Worldlane, ähm... Können wir grad schon pushen. Ja, immer mal. Oh shit. Ich hätte einen Farm verpasst. Oh no. Hängt ihn. Oh, Riven ist Level 1. Permaban. Die haben jetzt, naja, ich weiß nicht, ADC nicht wirklich, aber die haben jetzt Riven. Ja, aber die spielen mit Teleport, hallo? Teleport? Ja. Und die ist Level 1. Ja, das heißt bei Riven ja, hm. Also wenn sie, wenn sie snowballt, dann geht er ab. Ja, stimmt. Kommt halt auf unseren Jungler an und ich würd sagen, der gank jetzt eher wenig. Nein, Spaß. Jetzt wir ein bisschen hier AFK farmen, weil sonst overlevelt der Udi mich und dann bin ich äh, Late Game Ustas. Und wie einfach voll auf die drauf geht, obwohl die AFK war. Sauber. Sehr, sehr schön. Lol, warum exhaustet die denn jetzt? Die hat so gesehen, dass ich keine Mana mehr habe. Ja, lol. Weil Exhaust OP. Jetzt pass mal auf im Chat, ich flanke mich. Hä, warum? Weil ich so viel helfen konnte gleich wahrscheinlich. Ach, cool. Ja, die geht rein, wenn ich keine Mana habe. Ja, ich hab gehört, mein Blubuff gehört mir. Yay. So cool. Ich hab gehört, der Blubuff fick ich dir. Mhm. Ich hab gehört, der Gegner Blubuff gehört auch dem Gegner, dem ich ihm jetzt aber dann steilen werde, weil ich ganz böse bin. Ich warte noch kurz für dich. Okay. Wenn ich unseren hab, dann geh ich zum Gegner. Ja, Udi, da soll da möglichst wenig Farme, äh, von... Er ist schon gemacht worden. Was? Wie schnell ist denn der? Oder er hat mal mit rein gefangen. Ne, der ist grad ab, der ist grad ab. Oh, ich spring gleich da. Aber ich werde so sterben. Ja, warte, ich versuch's. Ey, komm mal, Botlane. Vielleicht kann ich ihn back smiten. Ich kann nicht Botlane kommen. Ich hab Lowlife, äh, Lowlife. Oh. Okay. Was? LOL, du hast ihn! Ja, aber ich sterb aber auch. Oh, okay. Fuck, man. Wie ich einfach voll schlecht bin. Da kann ich auch nicht reingehen. Oh, komm schon. Ich dachte, die Akali wär weggegangen. Oh, jetzt geht der Gnade rein. Take care, boy. Nicht rein Yolo'n. Oh, ein bisschen Hilfe mitten. Jo. Oh, fuck, der Schick. Warum kauft man sich denn mit? Seit wann kauft man sich hier so viel AD, alter? Mir werden hier nur AD-Sachen empfohlen. Warum kaufen wir uns doch mal was hier so? Lol. Ein... 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 Ist egal. Egal, ich kann mir einfach gleich dort lane roam und du kommst mir dann packen. Ja. Ich... Ich hol mir schnell meinen Red und dann komm ich mit der... Top lane raped hab ich gehört. Oh nein. Oh... Genau. Alter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oh no, wie close. Los. Fuck. Ich hab so wenig mehr. Alter, ich bin übel wenig AP hier. Ich hab null. Sau schlecht, man. So. Ich komm mal in Mitte. Nee. Kannst du die schon. Oh, die steht ja bei dem Tower. Ja, dann komm ich nicht. Könnt ich vielleicht dann. Ja, jetzt geht sie eh back. Ja. Oh. Alter, der Gnau. Spiel. Übel risky. komm boi mach was ja der geht da gerade runter pass auf der ist da irgendwo lol komm boi alter stirb wie ich ihn hasse man tötet ihn dann kriegst du wenigstens kill sehr schön dieser boi flasht sich über die wand man so ein abartiger voll sneaky da war die akali hey wo bist du denn blustig wo ist sie wo ist sie lol oh uhr 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 wie er level 6 ist alter da du dir sauschlecht mal ach der ist level 6, oh mein gottes ja der ist level 6 Ja, ich komm, 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 ich komm. Alter, dieser Damage. Lol. Egal, Double Kill. Lol. Ne, ein, ne, stimmt nicht. Oh, scheer, lol. Und ich flash noch. Ich bin so ein Krottel. Egal, der Kill war safe. Ähm... Ja, ich hau mal ein bisschen Damage auf den Turm. Ja. Oh, Trash ist hier. Ja, hier, der ist gerade SS. Ist natürlich schlau, Riven allein zu lassen bei Level 5. Oh, klar. Ich glaube, Riven ist gerade eher, die ist auch SS. Ja, ist auch schon in Level 6. Dann habe ich dann noch bis zu meinem Blue... Äh, 50 Sekunden. Oh, okay. Die kann ich auch noch hierbleiben. Weil die einfach ihre Weh-Way sind. Wir sind zu dritt, Mitte, ne? Hm. Ja, der kann ich gar nicht drinnen. So weiterfühlt sich erst mal nicht ist genug. Okay. Man fahren es erst mal besser als davon. Äh, Achtung, Akali kommt da auch. KKR? Da kommt alles, man. Oh, ich sehe die Akali. Oh, wo ist die Akali? Oh, boy! Wuhu! Der hat Akali! LOL! LOLL! 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 Was geht denn bei der? Ja, ich sehe den Kölbe von mir. Nice. Komm, der dort. Nice. So geht's auch. Ah ja, da war der Missplay von mir. Krieg ich Blue? Joa. Oh lol, ich komm. Der macht voll viel Damage, keine Ahnung wieso. Obwohl der nur Wiggles und hier, ähm, Vampire Scepter hat. Aber ich glaube, der kann irgendwie nicht farben, kann das sein? LOL! Er hat zwar nur sechs Farben weniger, aber... ist gleich mal ein Level unter mir. Egal, ich mache jetzt hier noch ein paar Creeps und dann können wir ja schon Dragon machen. Mittlerweile habe ich ja sogar ein bisschen AP. Ah. Meine Items sind so schlecht, aber egal. Oh, nein. Halt mal eben. Yo! Ich bin on the way! Ja. Ich komme! Ich brauche noch ein bisschen. Beam, beam, beam! Oh no, Riven tötet mich. Lange. Oh, shit! Riven hat nur einen Longsword und, äh, ein Clips. Oh, shit! Das ist die schnell tot. Er sagt ja. Jetzt versuch der Nasus da. Hallo! Was macht der denn? Lass! Mir den Kugel. So ein ätzender, man. Smythe! Smythe! Das ist der Damage! Loll. Komm, Drake. Ja, ich habe zwar keinen Mana, aber okay. Ja, passt schon. Geht schon. Smythe ist ab. Ich tank! Ich tank! Passt schon. Ich habe keinen Fall. Ich habe keinen Fall. Haha. Meiner! Die Akali ist tot. Wenn die Alkabin wieder einfach 3-0 steht. Ja. Wunder ich mich gerade selbst. Ein bisschen drüber. Ah ne, du hast gesagt, die macht Damage, wa? Yep. Da soll ich nicht alleine rein. Jetzt hat die mich schon gesehen. Das war dumm. Nein, das war saugut. Jetzt kommt die und dann Stunt. Luxi und dann Bäm. Achtung, ACHTUNG! WT. Nicht ober-extenden. Achtung, da kommt noch was. Oh shit. NAAAAIN! Oh my god. Diese Plays. Wie Lux den Kugel kriegt. Alter, wieder ein Klauen, Alter. NIEIN! Nice. Nice, nice. Alter, dead trash. Boah, danke genau. Nice. Come back. Für dich. So. Ne, ich tank 3-3. Boah, endlich. Boah, ich lebe noch. So, Infinity Edge habe ich dann auch. Und das auch. Wuschel, Wuschel hat den Turm zerstört. Sau cool. Achtung, Narsis fehlt auf der Top. Ich weiß nicht, wo der hingeht. Ja. Ich habe 2.000 Gold. Ich kann ihn gar nicht sehen. Sie sind tot. Oh. Oh. Nein, ich lebe ihn. Gott. Ja, Hauptsache. Nice. Alter. Oh. Lol. Oh. 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 Oh, dieser Luchs. Saved. Oh, Gott. Oh. Oh. Wie knapp. Wie knapp. Guck mal, Team Stats. Aber Nasus kriegt Team Stats. Oh. Ist natürlich nicht so gut. Ich glaube, ich sollte da nicht so lange hinterher gehen. Vielleicht. Ich würde mein Leben oder so. Oh, high Luchs, Alter. Oh, wie der mich gesaved hat. Der Trash ist tot. Oh, Gott. Ja, ist ja noch. Nicht so gesehen. Nein, ist ja nicht. Ey, ja. Oh, shit. War das knapp. Ich hatte mich in TeamSpeak noch gar nicht gemütet. Noch ich bei dir. Oh. Oh, der Nah. Ich weiß nicht, ob ich Nasus schaffe. Ich komme. Mal ausprobieren. Oh, shit. Nein. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Okay. Hast du ihn? Oh. Alter, die Luchs. Scheiße, hab ich in Lacken. Alter. Wieso kommen die immer alle auf links? Nein, nicht. Oh, Karzin noch mit der Ecke von der Ulti getroffen. Achtung, der Karli fiel auch noch rein mit dem. Ja, ich laufe gerade so weit zurück, wie es geht. Ja, ich komme auch mal Top-Lang. Oh, Lux. Oh, Lux. Nein. Das Flash. Alter. Da würde ich nicht reingehen, wenn ich du wäre. Aha, ich habe ihn. Jetzt rollen. Ah, shit. Was? Was? Lol. Oh, no. Oh, no. Alter. Alter, wie du bei mir überstattest. Was ist da los? Oh, shit. Ne, ich kriege ihn. Lauf bei denen. Wie viel Lack ich die ganze Zeit habe mit dem Verleih. Was macht die denn jetzt? Ist die behindert. Ist die behindert. Ja, Nasus kriegt halt echt 3 Stacks. Ja. Der ist carried. Der sitzt in der Mitte, farmt wieder ohne Ende. Nein, wollte ich nicht drin. Aber irgendwer muss ja von den Gegnern gut sein. Saugut. Nee, aber ein Late-Game werde ich Nasus so one-hitten können. Natürlich. Nein, das meine ich jetzt ernst. Eine Kombo oder was? Ja, meine Kombo. Ja, ja, nicht one-hit. Ja, Hauptsache er macht Ulti. Geh denn, Digga. Wie nach Hause? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. LOL. Hilfe! Ich komme auch. Aber ich glaube, ich bin zu spät. Was für ein Asozialer, Mann. Richtig übel. Das wurde knapp. Nee, nee. Doch, doch. Nee, nee. Ich dachte, meine Ulti wären noch nicht los. Ich gehe mal in Botland fahren. Scheiße. Ja, wie die Minions das von alleine machen. Rattelzauber. Ich gehe genau jetzt einfach Fotos durchgewirrmt. Oh, sauber. Hauptsache die Laning-Phase ist schon längst over. Ja, der sagt nice, okay. Ja, nice SS ist doch so. Das ist auch cool, das SS. Niemals. Ich habe dir super viel geholfen, deswegen. Ja, schon. Ja. Ich habe schon was gebracht jetzt. Na ja, auf jeden Fall. Was glaubst du denn? Deine eine W oder E oder was das auch immer ist? Ja, das war meine W, die macht 60 Damage. Siehste mal, ist doch genügend. Oh, er schleppt mich ab. Ich winke, ich winke, ich winke. Oh, God. Also, es ist vorsichtig. Okay, ich bin weg, ich bin weg. Oh, ne. Yay! Oh, das war eine dumme Idee. Das war eine. Oh, oh. Das war eine dumme Idee. Oh, oh, oh. Vorsicht, du hast Double-Buff, ne? Geh nicht so. Nee, der Double-Buff gleich von weg. Ach so, okay. Den schnell abgeben und den dann nachher wiederholen. Ja, ey. So machen. Einfach um OP-Damage zu machen. Nee. Ich glaube, ich muss hier weg. Guck mal, ich werde Kopf-Moves, wenn er hier Home-Guts hat. Fuck. Macht man irgendwie schnell einen Tower oder so? Ich brauche ein bisschen Gold. Ja, geht gerade nicht so einfach. Ich kann nicht so lange machen. Oh, das Auto-Attack. Das Auto-Attack, okay. Lol, dieser Hook. Ach, hier oben da ist ein U hier. Du schweb, du schwebst. Merci. Ich fahre zuerst. Okay. Und er will mich gucken. Ich bin U hier. Tanks. Sauber. Ah, läuft noch so. So, jetzt kann ich weg. So, jetzt erstmal den Turm hier holen. Hauptsache Lux hat Double-Buff. Der hatte gerade mit dem Auto-Attack geholt. Läuft bei dir. So, ich brauche jetzt hier... Ähm... Na, das ist schon weg. Phantom-Tänzer. Oh. Minions, wo sind sie? Viel zu wenig Minions hier. Oh, da kommen sie. Nasus gefällt mir überhaupt nicht. Mir auch nicht, aber das ist der einzigste von den Gegnern, der so übel ist. Hey, lag. Lag. Ja, bei mir auch. Was? Attempting to reconnect. Bei mir nicht. Lol, jetzt sterben gerade hier alle. Läuft bei euch, Leute. Hört auf zu fienden, Mann. Alter. Hä? Ja, das liegt an deinem Internet. Disconnected. Sauber. Läuft bei euch. Nochmal disconnect. Shutdown. Sauber. Ich glaube, da Shutdown war ich, oder? Jo. Von Nasus sogar noch. Also, Nasus noch ingame. Hä? Ja, Mann. Wow. Ich hab'n Kill. Und wär' fast gestorben. Alter. Ja, ich kann den Tower nicht alleine deffen. Läuft bei euch, Leute. Don't let him farm, please. Ja, pff. Leichter gesagt, als getan, Mann. Moment mal, aber... Ich skype ja noch. Ja, du skype noch mit mir. Das heißt, Internet ist nicht weg, ja? Hä? Was ist denn das dann? Kommst du in Google rein? Moment. Alter, Nasus ist so ein Troll, Mann. Ja, Google geht. Google geht, alles schnell. Das ist EO West gerade bei uns. Ja, wenn man zeigt, ob wir als an Server benutzen. Der Nasus macht viel zu viel Damage. Alter. Läuft bei dem. Ich guck mal, gerade, ob's schon irgendwo steht, fix EO West oder so. Erstmal hier auch im... Erstmal noch 100 Gold hier. Kannst du hier posten dann drunter. LOL. Ich weiß nix, wie wir jetzt nix machen können. Ja, zu dritt können wir das nicht gewinnen, Mann. Alter, ich steh 8-0. No, unser Carry ist nicht da. Mann, so ein Game. Und Nasus Raid, der hat fast 500 Farm jetzt dann. Farm oder Stacks? Nein, Stacks mein ich. Ich sag grad. Ja. Ja, da ist schon... Ah ne, vor 22 Stunden. Hm, was ist das? EU-West. Wer spielt denn jetzt bei dir noch? Äh, alle. Alle von den Gegnern. Alle und von mir auch alle außer eben hier. Lass mal re-connecten. Ja. Also Lux ist nicht mal disconnected. Äh... von zwei Mal halt. Von zwei Mal halt. Bei dem scheint's auch wieder zu funktionieren. Und einfach zwei Mal halt, der Team. Dann geht das nicht mehr, der Sturm ist. Oh. Was für die fünf Sekunden da nicht war. Ja. Da stand grad Timed Out. Das bleibt bei mir, ähm... So halt. Ja, bei mir auch. Leicht bei euch. Wehe, wir verlieren das. Das wär' nicht gut. LOL! Akadi, du Troll! Geh' nach Hause! Ohne Witz! Steht sie in dem Busch einfach mal! Ey, Eugen ist offen jetzt. Und? Stimmt, können wir gleich. Ja, wir können gleich Team-Rank machen. Oh, ich kann reconnecten. Ich nicht. Ja, das dauert vielleicht auch wegen nem PC oder so. Nein, das war besser als deiner, ja? Ja. Naftop ist besser. Ja. 2.500 Euro. Na, flenkt grad und will ALFK geben. Weil wir ALFK sind, oder was? Ja. Schreibt mal, dass wir DC haben. Ja. Weiß nicht, wieso. Also, am Internet liegt's nicht. Man kann ja skypen und googeln. Mhm. Ich hab mir schon geschrieben, dass die jetzt gleich wieder kommen. Was ist das? Unable to connect to the server if you have Firewall, hä? Ja, das ist nicht wegen Firewall. Ne. Das ging ja grad auch die ganze Zeit. Wuh. GG. Oh, ich war echt. Was ist das? Ah, ne. Was ist das? Ja, nah und Lux pushen grade und ich sorg grad hier ein bisschen für Global Gold. Hol mir ein paar Tower, ein bisschen Dragon und so. Into the night. Black und Reap. Jetzt wird Nasus grad geraped. Wuh. Alter. Ja. Ich geh. Bei mir. Ich reconnect. Drauf. 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 Leute, tötet Nasus. Wie viel der aushält. Der hat grad ne Lux-Ulti und komplett Nas-Damage gefressen, man. Okay, wir reconnecten grade. Das ist schön. Vielleicht hundertprozentig. Die Gegner spielen eins gegen fünf. Da haben alle verlassen aus der Nasus. Wir haben Zeit noch. Hm? Läuft. Was soll ich? Hab ich gestorben bin? Du bist vorher gestorben, ja du stehst 6-11. Aber von den Gegner sind grad alle reconnected. Die waren grad alle weg. Ach so, ja dann war das irgendwas. Jetzt holen sie rum. Du hast dich auch disconnected. Riot, bitte. Gerabt. Gerabt. Riot, bitte. Schreiben sie alle. Alter. Da ist glaube ich wirklich wieder jemand über das Kabel gestolpert. Ah, über das WLAN-Kabel. Ja. Ja, logisch. Oh, scheit. So much damage. Leute, helft mich hier raus. Nein. Was? 5 Sekunden. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hab' 30 HP man. Ey, hast du, äh, hast du Ferien? Ne, die haben, glaub ich. Wir haben aber dafür Pfingstferien. Oder? Was? Hast du Ferien? Ich? Nö. Ne? In drei Wochen oder so ne, in vier Wochen. So, ja dann haben wir jetzt schon wieder Schule dann. Läuft bei euch. Ja, wir haben gerade Ferien. Wie cool. Ich habe erst seit zwei Wochen wieder Schule. Oder drei. Lol. Ja. Wie frein hier. Der ist Level 18. Gegen den sollte ich echt nicht feilen. Ach, Schwan. Du hast so viele Kills, das geht schon. Aber wenn Io Vest das war, warum hatten das dann nicht alle? Ja, ich hatte es nicht. Ich hatte nicht mal Hyping. Ja. Tötet Nasus! Jetzt! Bäm! Wuh! Okay, ich mache doch der Match. Komm schon, wieder einfach fünf HP hat. Du bist da alleine? Was machst du denn? Lass uns. Nicht für dir. Ja, ich war erst alleine, wenn ich mich jemand anders hatte. Aber dann müsste ich das sein. Alter, drei gegen drei. Wir haben keinen einzigen verloren. Die Gegner alle. Ich bin gestorben. Achso, ja, stimmt. Ja, aber es war auch ein bisschen fail von mir. Ja, es war nur... Oh, dir da. Wie viel stehst du denn? 9, 6. Ich habe jetzt übel aufgeholt, ja. Standst du nicht gerade 11, 6? Ja, komm mal, da drunter. Achso, lol. Nee, ich habe gerade falsch geguckt. Ja, ist GG, oder? Ja, will ich schon sagen. Also, der Turm ist auf jeden Fall weg. Oh! Der hat Udia! Raypen! Guck mal, wie der meint der... Raypen! Oh, das ist ziemlich viel Mana, sehe ich gerade. Ich hole mir jetzt erstmal einen Blu-Wurf hier. Ja, ich auch. Ah, ist meiner. Ey, ich kann XP-en. Ich kann XP-en. Ja, dann tu das. Ich habe dir wieder geholfen. Oh! Ah, na. Oh, da ist was. Ein Trash. Ein Trash. Guck mal, der ist set in der Base. Trash, komm her. Alter, da ist der Tower noch da. Ja, der Tower ist noch da. Das wusste ich gar nicht. Ich wollte nur noch da abstehen. Sauber. Oh! Scheiße! 809 Damage. Alter! Ja, ich mach Turnaround, ich komm zu dir. Oh, doch nicht. Ich mach dir noch nicht mal den Damage mit irgendwas. Nein, nein, der bürstet dich sofort down. Okay, tschüss. Du bist direkt tot. Geh ich noch mal ein bisschen her. Wieso hat genau den stacken lassen. Oh, den Uliya können wir doch töten. Junge! Hallo! Hilf mir doch, du Penner! Ohne Witz! AHAHAHAHAHA! Junge! Ohohohohohohohohohohohohoho. Es war so risky. Alter. Alter! Oh, da ist ein Riven, die scheint gut zu sein. Hm, nicht. Oh, den Kills. Nicht! Alter! Die scheint gut zu sein. Nicht. Alter, seist aber... Loll! Töten! Töten! Sehr schön. Sehr damage. Ich hab sau coole Items. Oh no, ich hab ein gelbes Item. Ich brauch Leute, blaue. Mann! Noch nicht finishen. Noch nicht aufgeben. Ich brauch blaue Schuhe. Oh, die, die, die. Ich hab... Ja, das brauche ich erstmal noch ein bisschen Gold. Nicht finishen, gell? Ja. Mr. Whiteswitch. Eigentlich cooler Name. Weiß auch nicht. Oh, Mega. Na. Hä, ist Akali AfKa noch? Weiß ich nicht. Wir müssen, äh, Nasen von 150 Poken. Wir müssen, äh, Nasen von 150 Poken. So macht man das. So verlieren wir. Ich verliere nicht mal Leben, Ali. Ohne Smite geh- äh, geholt. Töten! 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 Zehn Sekunden hab ich Ulti. Töten! 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 Fünf! Okay! Haha! Ich wollte ihn noch nicht maldrehen. Ich will sehen, wie es dir rolltest. Oh nein! Den Nasen! Yo, wir kommen da gar nicht dran. Was macht der Gnar dahin? Okay, der hat seine Ulti raus. Nein! Alter, wenn wir das noch verlieren, ne? Wir verlieren das. Wir verlieren das. Guckt mal Team-Stats. Ja, guckt mal Team-Stats. Was, dann verlieren wir das. Aber, but first, let me take the skill on. Toll, ich hab zwei Tode. Geil. Wie kann man nur so gut sein wie ich? Das Wisper baue ich jetzt. Und dann noch She-Aid. Oh Gott. Wie schlecht ist das denn hier? Alter, das Game war so schlecht von mir. Generell alles. Alles, was ich gemacht hab. Ich hätte einfach mit Dorans Ring anfangen sollen. Alter, warum schreiben sie denn jetzt schon GGWP? Hallo? Wir sind übel gefeedert. Wenn die Luchse das nicht fackt, dann... Ja Junge, geh doch rein! Ja, ich bin sofort tot. Ja, wieso gehst du denn direkt nebenan? Siehst du den Damage? Siehst du den Damage? Siehst du den Damage? JUNGE! Mach die Minions, mach die Minions. Siehst du den Damage? Jetzt push durch, Leute. Push durch. Hier, Inhibitor. Mach dir die Minions. Ich mach Inhibitor. JUNGE! Die dürfen jetzt aber nicht viel Team machen, gell? Ne, wenn wir ja alle wieder da sind, dann konzentrieren wir uns einmal beim Team Fat, dann ist es gewonnen. Ne, ich... Ah, ich schaff den Inhibitor. Ne, schaff ich den? Weil Trash ist jetzt wieder ab. Ja, die sind alle wieder ab, fast. Riven, Akali und Trash. Und Udi auch. Ist egal. Ja, ich komm. Ich komm, wir sind alle da. Ich auch gleich. Mach einfach die Minions da. Ja, machen wir doch den Inhib, komm. Zweit sollten wir den schaffen. Loll, dieser Damage. Versucht eh gleich jemand zu XP'en. Ja, ist halt echt so. Einer von denen hat bestimmt Teleport. Ohhhh. Passt auf. Oh mein Gott. Ne, catchen lassen ist gar nicht gut jetzt. Der einzigste, der von uns einen Stun hat, saugut. Ja. Ist jetzt tot. Ja, mag mal einer den Narzis dann mit mir aufhalten oder so? Ich bin lowlife. Weil der rapet jetzt durch hier. Ja, ich hab Homeguard. Ja, dann... Ich komm von hinten, du von vorne. Hehehe, gell. Logisch! Drauf! Alle drauf da. Ich hab eine Kille. Oh, danke. Nice. Sehr schön. Mit den coolsten Namen. Haha! A weapon, 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 weapon! Leute. Oh! Shit! Oh Gott. Fünf Sekunden dann bin ich da. Fünf Sekunden. Zwei. Zwei. Junge. Wie die einfach schlecht ist. Reilt, ja. Das ist ein Versuch wert, aber die ist jetzt auch erst mal tot. Los geht's. Nasus ist auch noch 20 tot. Das Schlimmste ist, wir brauchen einfach noch einen Tower vor den Inhibitor. Ja, aber dafür regeneriert unser Nexus immer ein bisschen. Weißt du von dem her? Irgendwie muss eher Luxus kommen. Aber ich weiß nicht, ob Lux alleine gegen Nasus und so ankommen. Aber Nasus ist schon wieder ab, ne? Ja, Rhythm hat von denen Teleport, also von dem her. Ja, ich glaube aber Lux sagt die 1-1, oder? Wenn die einen guten Versuch liegen hat. Weiß ich nicht. Einfach alle auf dem Haus. Einfach alle auf dem Haus. Push Popline mal ein bisschen hier. Bisschen Druck machen. Sagt mir, wenn ihr Hilfe braucht, gell? Äh. Ich bin tot. Ne, bin ich tot. Oh. War nicht gut. Oh Gott, die kommen alle zu mir. Oh Gott, ich bin so tot. Ja. Dafür hab ich den Turm noch gekriegt. Die haben jetzt 2 offene Inhibs. Also da waren gerade viel zu viele Minions. Die haben alle Gardeans und Angels. Wir brauchen alle Gardeans. Alle Gardeans. Ja und unser Inhib ist wieder da. Nice. Defend... ... und gewinnen. Okay, der Trash ist schon fast tot Boah, der Nasus, ey Warum hat der Gnar den Farmen lassen? Ich weiß es auch nicht Oh lol Das wäre schon längst fertig gewesen, das Ding Er hat die Lux jetzt ihre Ulti reinlasern können Lol, wo habe ich denn Homeguards? Achso, ich habe ja Homeguards Ich dachte mir gerade, hä, wo habe ich denn Homeguards hier? Lass doch erstmal die Ding cachen hier Nice Komm, du hast gewonnen Ja Oh, shit Alter, da bin ich nochmal gestorben Akali, Akali liegt noch, ne? Akali ist AFK Ach ja, stimmt Nein, jetzt habe ich keinen Mann, ich wollte mir gerade Phantom Dancer kaufen, aber dann ist es ja kein blaues Item mehr Oh Oder Item Oh, wirklich Den Heavitor kommt richtig ungünstig Ich glaube, wir schauen ihn trotzdem Komm Ihr habt ca. 15 Sekunden, dann kommt Trash Aber der macht ja nichts Ja, jetzt habt ihr noch 15 Komm, komm, komm Nasus kommt erst in 20, circa Ja, lass uns den Knack tanken Alter, na, hallo, Junge Ja, wir haben es eh jetzt endet Ja, Udi kommt jetzt Egal Jetzt macht's schnell, 5 Sekunden kommt Nasus Pass auf, der kriptet dich weg Sag ich doch Was? Ja Lol Saugeiles Game Easy Wenn's euch gefallen hat, dann Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal Tschau Leute